So, und da sind wir wieder, ne? Und der Kassandra. Was machen wir als nächstes, oder? Schauen wir mal auf die Karte. Oh, das ist ein Hafen. Heftstock. Oh, man hört es, glaube ich. Das kann man mit Schnellreise erledigen. Ich würde gerne da her. Zuerst muss man das machen. So. Wir haben uns markiert. Unser neues Ziel. Spiel mit Brille. So. Hashtag no sponsoring. So. Hier. Und, wie geht es euch so? Ich bin ein bisschen müde noch. Aber bald geht es um die Arbeit. So. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Arbeit. Hoppala. Das ist steckend geblieben, ne? Die kleine Kassandra, die Süße. Da ist ein Stöckchen. Quats. Immer schön alles mitten um die Stöckchen und so, ne? Ganz gedüns. So. Ja. Ja. Wie. So. Frau Kassandra. Lass mal ran da. 5000 Kilometer noch. So. Gleiches geschafft. Weil die Hälfte des Spiels besteht ja nur zum Laufen, ne? Eigentlich. Lauf, lauf, lauf. So. Das ist eine Quest oder aufgeploppt. Es wird nicht weniger. Es wird einfach nicht weniger. Das ist ein Wahnsinn. Es ist der Klanke. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So. Da vorne ist die Quest. Wer will denn was von uns? Na? Jetzt schauen wir mal großmäßig nach. Ja, na? 400 Meter Schnellreise. Oder? Bär. Na ja. Komm mal, Bär. Aufstellen. Cheryl, benötigst du etwas? Seit die Soldaten die Herrschaft an sich gerissen haben, müssen wir unsere gesamte Ernte und alles erlegte Wild abgeben. Ich soll nur jagen, damit sie sich satt essen können. Wie überlebst du dann? Da mich der Befehlshaber und seine Soldaten beobachten, kann ich nicht jagen. Vielleicht lässt sich das Problem mit einer anderen Art von Jagd lösen. Also soll ich ihn töten? Ja, der Befehlshaber muss sterben. Wirklich? Dafür habe ich keine Zeit, Alter. Den Kopf geht dir, gell. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Gut. Kümmere dich bald darum. Ich komme hinterher wieder. Ja, so ist die Kassandra. Das schaut nur auf sich selbst, ne? Okay. Hoppana. Bah. Graslich, gell? Bah. Macht. Da ist was. So. Großmeister Betz. Na, alles gut. Na, 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 na. Hoppala. Herasie. Schweinderl. Ich glaube, du bist ein süßes Schweinderl. Wo ist denn ich gewesen, der zu? Hoppala. Ich glaube, du bist der Eberstückwäst, gell? Hoppala. Ich glaube, du willst wissen, ne? Die kleine Mistzau. So. Komm her, da. Will ja lauf, weg jetzt. Hoppala. Ui. Ui. Ich will nicht sterben jetzt, ne? Jetzt müssen wir aufpassen. Also, das kann man nicht blocken, ne? Ruh, 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 ruh. So, jetzt kommen wir da. Na? Hast du beruhigt? So. Ah, das ist beruhigt. Wohle eine. So. Hopp, Formina. Warte mal. Okay. Wui. Warte mal. Na ja. Schauen wir mal mit dem Kopf an mich, ne? Das ist jetzt hier ein Arschvoller. Ich spüre es schon. Warte mal. Ah ja. Plopp, 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 plopp. Mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht. Oder, yo, Icarus. Wir schauen ja da mal rüber. Ja, zurück. Ach ja, sollst du die bekriegen, ja mal. Dieser Weg wird kein leichtes sein. Dieser Weg wird steilig und schwer. Ja, ba, 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 ba. So. Ach, du wieder. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Gute Arbeit. Hier, du hast es dir verdient. Ich mache keine halben Sachen. Warum soll der Mann tot sein, wenn ihr Schwein erlegt? Aber, hä? Was für ein Mann? Hä? Ich check's nicht. So. Wir kommen einfach nicht weiter, ne? Es ist so finster. Die Cassandra hat ja Angst im Dunkeln, ne? Wie wir wissen. Wie wir nicht wissen. Ich hab jetzt gesagt, wir können uns schauen. Bistöckchen. Jussi! Brauchst du was? Ich habe seit Jahren in diesem Wald gejagt. Ich werde ihn nicht verlassen. Ich werde hierbleiben, während er wieder gesund ist. Ist noch genug Wild für die Jagd vorhanden? Einige Wildtiere sind geblieben. Andere kehren wieder zurück. Aber ich muss mich selbst schützen. Die Kadaver ziehen Wolfsrudel an. Und dann sind da noch die Banditen, die in den Wäldern nach leichten Opfern suchen. Also soll ich sie alle töten? Keiner der Banditen darf am Leben bleiben. Nur einer. Ist gut? Ich mache es. Wir cashen die Dash. Kümmere dich bald darum. Überlass das ruhig mir. Um vier kriege ich ein Bier. So. Was heißt denn da noch? Baa! Vier Drachen. Ja, was ist denn die Heschi? Ist er von Jägermeister gesoffen oder was? So. Wo müssen wir jetzt hin? was ist mit dem hier schloss wir haben jetzt einen tötungsauftrag bekommen wenn wir was ist mit dir wir folgen 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 wie den auftrag muss aufpassen dass mich keiner sieht denn ich bin ich die kassandra was markiert denn da sehe nichts muss besser markieren da ist nichts also alles gut wie kann man da rein da rein das ist einfach so sagt es jemand hat etwas gestohlen jemand hat etwas gestohlen sie dich um banditen haben fast alles mitgenommen und was das schlimmste ist auch die vase meiner familie nach so vielen generationen einfach fort ich trage etwas von meiner mutter bei mir ich weiß den wert von familien erbstücken zu schätzen es ist komisch dass objekte echte gefühle in uns hervorrufen können nicht wahr wie viel ist dir diese vase wert 20 dollar ich würde eine beträchtliche summe dafür bezahlen eine äußerst großzügige summe das hört mal an ich habe sie ja schon gestohlen also von daher ich finde deine vase aber ich brauche einen anhaltspunkt wo ich suchen soll sprich mit meinen sklaven an den lagerhäusern er sollte sich umhören ob die anderen sklaven in der gegend etwas wissen hoffentlich hat er etwas herausgefunden ich komme wieder wenn ich die vase habe der ist vasen suchend für mich ach ja ich schau aber was hat er denn noch was könnte man noch mit steht da ist oben was noch opa da ist echt alles geblündert verdammt da da sind Sklave Sklaviandos von Miranda jo 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 hey 6 6 ich mag derartige bedingungen nicht ich muss einen auftrag erfüllen ich verstehe doch was ich brauche ist keine arbeit oder verpflichtung nur ein zugeständnis aber du bist scheiße wenn du die vase beschafft hast dann sag meinem herrn bitte dass ich den banditen den tipp gegeben habe warum solltest du das wollen nach der sommer sonnenwende will mein herr mich freilassen aber ich will nicht gehen wenn ich eine teilschuld für das verbrechen übernehme kann ich ihm meine dienste als wiedergutmachung anbieten das ist lächerlich aber ich denke darüber nach nun erzähle mir von den banditen die anderen Sklaven aus der gegend sind sicher dass banditen von den nördlichen ausläufern des berges orhi für die überfälle verantwortlich sind oder was die nördlichen ausläufer des orhi kannst du auch etwas genauer sagen wo ich suchen soll die Sklaven sprachen von einer kupfermine in der gegend dort würde ich mich verstecken wenn ich ein bandit wäre ich nicht ich bin neugierig warum freust du dich nicht über deine freiheit bei meinem herren habe ich eine aufgabe verantwortung essen und ein dach das hätte ich alles nicht wenn ich allein wäre verstehst du wenn du frei bist kannst du all das erwerben weißt du wir haben verschiedene lebensumstände und fähigkeiten söldnerin und hier habe ich nun mal die besten überlebenschancen ich finde die banditen und hole die vase deines herren und bitte vergiss unser gespräch nicht wenn du sie ihm zurück gibst was hat er es gemacht ich habe nicht zu können ich bin so müde was will er zu mir was will er zu mir es werde Licht es werde nicht Licht es ist eine magische ok da drüben mit dem müssten wir auch noch quatschen aber nein die Jägerin bleibt Sklavenverdacht ei 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 wo sind wir nur da reingeraten die banditen sind in den Nordausläufern des ochi 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 rum ochi 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 die mine wenn der sklave recht hat ist die vase hier wenn ich nicht kämpfen will darf ich mich nicht sehen lassen ich auch fliege und zick die nass juckt jetzt habe ich dich jetzt geht es super rostiger starb massager starben was das jetzt ja und die kettenangriff zacki haben wir da was gefunden ich glaube es jetzt schrei herum dass jeder weiß du bist du bist du bist so intelligent bist du ja ja kraftige ruppel los ich bin glücklich damit jetzt beißt mir die nase ich habe eine super frisur ja wo ist denn der gefangene ja keine ahnung auf der lauer auf der lauer die kleine wanze schaut sie mal die wanze an wie die wanze tanzen kann und jetzt gib ihn nein nein du kriegst mich nicht nein 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 schnisch an das ist halt nur wichtiger die aua der hammer hat weiss jetzt von dir die aktion hoppala und rein da danke Dankeschön, bis abonnieren. Wunderschön, es läuft, es läuft, ne? So. Äh. Ist da jemand? Lichtdienstung. So. Ich bin jemand. Irgend. Sing und sing und schrei. Lass dich Sorgen, Sorgen sein. Aussehen mit dir. Ruhig. So viel Ärger wegen einer alten Vase. Vase haben wir. So. Hm. Dann haben wir uns das da noch. So. Kassandra, die Minenarbeiterin. Man weiß es. So. Abgeschlossen haben wir es anscheinend. Doch, ja. Jetzt müssen wir schnell reisen. Können wir da schnell reisen machen? So, ich bin in einem Dorf. Nein, deswegen geht es nicht. Ah, kürze nicht mehr. Die haben aber schöne Puppen hier. Bringt das Pferd was, vielleicht. Ja, aufsetzen, aufsetzen. Hallo. Ich fasse es nicht, dass ich für den Sklaven lügen soll. Nee, dann mach's nicht. Ganz einfach, Kassandra, mach's einfach nicht. Na ja. Hallo. Hast du meine Vase? Ja. Hast du meine Vase? Ja. Ja, Bert. Dein Sklave hat den Banditen gesagt, sie sollen dein Haus plündern und die Vase stehlen. Was? Kann das wahr sein? Ja, Meister. Wenn du mir erlaubst, den Schaden abzuarbeiten, ich... Abarbeiten? Niemals! Ich lasse doch keinen Sklaven für mich arbeiten, der seinen Herrn an Banditen verrät. Was? Nein, bitte nicht. Lass mich bleiben. Genug davon. Hin fort, bevor ich dich von der Söldnerin töten lasse. Geh! Jetzt ist er frei. Go home. Er hat gar nicht mehr. Gerade wenn man glaubt, jemanden zu kennen. So. Hier ist deine Bezahlung für die Vase. So. Da haben wir das Richtige gemacht, ne? Ich wollte ja nicht, dass er... äh, äh, äh... ...seinen Dings kriegt, ne? Seinen Platz, dann seinen Herrn. Ex-Hern. Wollte ich ja nicht, ne? Also passt, das ist schon so. Die sind hier ein bisschen arschig, ne? Was machen wir jetzt? Warte mal. Das ist wieder so, ne? Volle, äh, volle Blase, ja, ja, ja. Äh, wir sollten nochmal auf den Berg rauf, ne? Oh je, oh je, immer diese Abonnenten, immer, ne? Immer schön fleißig abonnieren. Das hab ich gern. So. Vierhundert Meter. Wir sehen uns später. Ein Peter. Stöckchen. So. Mal rück. Das ist echt scheiße weit weg, ne? Vielleicht probieren wir es mit dem Gaul, ne? Als er kommt. Okay. Ella, Ella. Ich besteige die Berge mit Olivenzweige. Da geht dein Weg entlang. Da reiten wir dann entlang. Ella, Ella. Voller Elan. So. 48 Kilometer noch. So, zack. Was ist da? Da war was. Hm. Wir schalten nach Aussichtspunkt aus. Oder auch nicht. Oh, doch. Hui. Dann lassen wir unseren Drachen fliegen, ne? Patz, 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 patz. Und das war's schon. So. Ähm. Schneller ist er mal abgelöst. Ich will auf deinen Kopf. Ich will auf deinen Kopf. Ich will auf deinen Kopf. Ach, ich massiere deinen Kopf. Oh ja. Oh ja. Cassandra, besteig ihn. Du wildes Tier, du. Aus, Cassandra. Pui. Schäm dich. Kling, kling, kling. Oh, ich seh nix. Wo? Sag mir, wo bist du, Lisa? Cassandra will das nicht aufheben. Wahrscheinlich, weil Steve in der Spalte sitzt, ne? Es ist aber schön gemacht, ne? So. Da haben wir noch einen Geruch. So. Okay. Wo ich geh und steh. Gut mit der Schädel. Weh. Ach, da, da. Da, 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 was? Aufsitzen. Und was? Die Barcamp da. So. War da was? Da ist nix. Jetzt fix. Da war nix. Na ja. Ich sag, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bye.